Weihnachten ist es Fest der Liebe, der Familie und vor allem auch der Kinder. Und Kinderlärm ist Zukunftsmusik und deswegen haben wir im letzten, in diesem Jahr, ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass Kinderlärm vollkommen privilegieren sollte. Kinderlärm ist was anderes als Maschinenlärm, ist was anderes als Straßenverkehrslärm und gehört aber immer und jederzeit zur Familie und zur Gesellschaft einfach dazu. Im nächsten Jahr wollen wir auf Länderebene den Jugendlärm regeln, weil Kinder werden älter und brauchen trotz allem noch Freiheiten und Jugendlärm ist deswegen auch ein genauso gesellschaftlich wichtiger Lärm, wenn er auch anders geregelt werden muss, nämlich in Einklang mit Erwachsenen. Und das ist das Projekt für nächstes Jahr. Ich freue mich, dass es dieses Jahr geklappt hat und ich wünsche alle wunderschöne Weihnachten mit den Freunden, Familie und vor allem auch mit und für die Kinder. Und das ist das Projekt für nächstes Jahr. Und das ist das Projekt für nächstes Jahr.